Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum zweiten Türchen des Literarischen Adventskalenders hier in der Adlerstraße 2 in Kronberg. Ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg, dieser neuen, innovativen Form von Jugendarbeit, bei der es darum geht, die positive Energie, die in Jugendlichen lodert, wahrzunehmen, sie zu sammeln und ihnen Möglichkeiten zu schaffen, diese Energie positiv für diese Stadt herauszubringen. Ein erstes Beispiel, oder es gibt ja viele Beispiele, aber ein erstes Beispiel, das ich schon erleben durfte, war ja die Vernissage letzte Woche in der Stadtbibliothek. Müsst ihr unbedingt mal hingehen, euch anschauen. Ganz fantastische Kunstwerke, die dort von Jugendlichen für die Stadt Kronberg gemacht worden sind. Ein positiver Einfluss, der in diese Stadt hineingeht. Aber wir sind ja heute da, um ein literarisches Schmankerl zu hören, wieder aus diesen beiden Büchern. Einmal Weihnachtsbunderzeit und einmal Es weihnachtet sehr. Zwei Bücher, die ich zusammen mit meinen lieben Freunden Thomas Klappstein und Frank Bonkowski geschrieben habe. Ich zeige es dir hier nochmal kurz. Frank Bonkowski und Thomas Klappstein. Und hier ist Weihnachtet sehr. Ist ein Best-of der letzten sieben Jahre. Und heute aber lese ich aus Weihnachtswunderzeit. Und es ist eine gute Idee, wenn ihr einfach mal zu eurem Local Bookstore geht und einfach mal fragt, ob ihr diese Bücher dort kaufen könnt. Und wenn ihr nicht so gut zu Fuß seid, dann könnt ihr auch bei Amazon oder Thalia oder Hugendubel oder in allen Online-Shops diese Bücher bestellen. Wie gestern möchte ich aber beginnen mit einem Gedicht. Und zwar ein Gedicht von Ulrich Schaffer aus seinem Buch Neues Umarmen, in dem einige Gedichte drinstehen, die mir buchstäblich das Leben gerettet haben, als ich vor langer, langer Zeit in der Mitte der 80er Jahre hier in der Nähe in der Klinik Hohe Mark sechs Monate wegen schwerer Depressionen als Patient war. Und er schreibt ein Gedicht über die Adventszeit und über die Hektik und den Stress in der Adventszeit. Und er sagt, du hast eine Arbeit. Dein Lohn reicht aus, um dir die meisten Wünsche zu erfüllen. Du bist nicht krank. Du brauchst Gott nicht. Warum stehst du dann manchmal am Fenster und versinkst in der weiten Landschaft? Deine Freundin verlässt dich nicht. Mit deinen Eltern kommst du gut aus. Dein Urlaub ist vorbereitet. Deine Freunde mögen dich. Du brauchst Gott nicht. Warum kennst du dann das Gefühl des Suchens ohne Ziel und Weg? Kennst du den Wunsch, für den es keine Worte gibt? Leben, Erfüllung, Freiheit, Sinn sind die Worte, die dir kommen, aber keins trifft, was du suchst? Oder hast du alle Wünsche, Träume und Hoffnungen zurückgenommen, weil du nichts gefunden hast? Oder kann es sein, dass es noch mehr gibt? Und wenn das wirklich sein kann, dass es noch mehr gibt, dass du umarmen könntest, dann ist jetzt, glaube ich, genau die richtige Zeit dafür, es zu suchen. Nämlich Adventszeit ist die Zeit des Suchens. Advent heißt Ankunft. Das heißt, etwas Gutes kommt in deinem und meinem Leben an. Und du kannst dich auf die Suche machen in diesen 24 Tagen bis Weihnachten. Dafür ist Adventszeit gedacht. Und wir wollen hier von der Jugendkoordination Kronberg gerne mit dir zusammen ein paar Gedanken, Impulse teilen, um dich vielleicht aufmerksam zu machen auf das eine oder andere, das in deinem Leben vielleicht schon vorhanden ist, aber du es noch nicht genau siehst. So, und heute lese ich aus gegebenem Anlass eine besondere Weihnachtsgeschichte. Denn wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, hat der Busstreik, der Streik der Busfahrer in Hessen heute aufgehört. Und ich bin einmal auf der Suche nach Weihnachtswundern durch die Gegend gefahren, bin hier im Bus gefahren zwischen Kronberg und Steinbach hin und her und habe viele Geschichten über diese Busse gehört, über die Busfahrer und was Jugendliche dort in den Bussen erleben. Und da kam mir die Idee, warum nicht einmal eine Geschichte schreiben, die sich mit dem Thema beschäftigt, Weihnachten im Linienbus. Und es geht so. Die Linie 776 war eine besondere Buslinie. Ihre Fahrer waren Busfahrer aus Berufung und Leidenschaft, manche schon in der dritten Generation. Zumindest half ihnen diese Betrachtungsweise über die schlechte Bezahlung und die mangelnde Wertschätzung ihres Berufsstands in der Bevölkerung hinweg. Der ganzen Bevölkerung? Nein, diejenigen, die noch mit dem Herzen sehen konnten, sahen bisweilen auch noch etwas anderes in diesen Männern. Vor allem die Kinder fuhren immer wieder gerne mit. Manchmal verabredeten sie sich sogar dort im Bus, um ein paar Runden zu fahren, mit den Fahrern zusammen zu sein und mit ihnen zu reden, weil die immer freundlich zu ihnen waren und zuhörten. Und mit der Zeit wurden die Busfahrer der Linie 776 so immer mehr zu modernen Hirten, die auf ihre Herde aufpassten und schauten, dass es allen gut geht. Sie fuhren vorsichtig, wenn sie sahen, dass auf der letzten Bank Hausaufgaben gemacht wurden oder eine alte Dame noch keinen Sitzplatz gefunden hatte. Die Strecke des 776ers führte durch moderne Hochhaussiedlungen und alte Dorfkerne, soziale Brennpunkte, öde Landschaften, an der Gesamtschule vorbei, in die die meisten Kinder der Gegend gingen, bis hin zu einem großen Einkaufszentrum. Dragan Müller war einer der Fahrer. Er war ein gläubiger Mensch und hätte viel lieber die Linie 777 gefahren, aber die fuhr mittlerweile nur noch im Tal der Reichen und nicht jeder durfte dort ans Steuern. Dragan gehörte jedenfalls nicht dazu. Dazu hatte er schon zu oft Ärger gehabt. Unter anderem auch immer wieder, weil er sich den Kindern gegenüber freundlich zeigte, ihnen Geschenke machte, sich mit ihnen sehr privat unterhielt und Außenstehende das des Öfteren als Grenzüberschreitungen empfunden hatten. Dabei hatten sie seine Motivation komplett missverstanden. Aber sie konnten ja nicht wissen, wo er herkam und dass im Balkankrieg seine Geschwister und sein Vater vor seinen Augen und denen seiner Mutter erschossen worden waren. Seine Mutter Snejana und er hatten nur fliehen können, weil sein Vater sich im Todeskampf über sie geworfen und die Angreifer sie für tot gehalten hatten. Danach waren sie durch die Wirren des Kriegs über dunkle Transportkanäle fast ein ganzes Jahr lang nach Deutschland geflohen. Da war Dragan sieben Jahre alt gewesen. Als er acht geworden war, hatte seine Mutter an Weihnachten den Busfahrer Martin Müller kennengelernt. Die beiden heirateten und Martin war Dragan ein guter Vater geworden. Auch darum war Dragan Busfahrer geworden. Nicht nur wegen dem vergeigten Hauptschulabschluss. Durch seine Geschichte hatte Dragan immer einen besonderen Blick für Kinder, denen es nicht so gut ging, die Mangel-Erfahrungen im weitesten Sinne hatten. Und aus denen setzten sich hauptsächlich die Fahrgäste der Linie 776 zusammen. Sie trafen sich sozusagen in ihrem externen Kinderzimmer als einem sicheren Raum. Das Ungewöhnlichste waren sicherlich alljährlich die Feiertage, allen voran Weihnachten. Feiertage bescherten den Familien zumindest in dieser Gegend neben Rührseligkeit vor allem auch ein erhöhtes Konfliktpotenzial. So fuhren einige Busfahrer an Weihnachten heimlich Sonderschichten, die sie eigentlich nicht fahren durften. Die Busfahrergesellschaft wusste inoffiziell davon. Sie sagten zwar nichts dazu und ließen die Fahrer gewähren, weil sie spürten, dass hier etwas Besonderes geschah. Trotzdem fuhren alle diese Sonderschichten auf eigenes Risiko. Sie fuhren ihre normale Strecke und sammelten all die Kinder und Erwachsenen ein, die zu Hause nicht klarkamen, die den Eltern ungehorsam waren, die Stress hatten, deren Liebe erkaltet war, die einsam waren. Eben alle die, von denen die Bibel sagte, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden. Aber Dragan und seine Kollegen erinnerten sich immer gerne an das muslimische Sprichwort, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet eben zum Berg kommen. So wurde der Bus alle Jahre wieder zum Stall, zu einer mobilen Weihnachtskrippe und brachte die Fahrgäste nicht mehr irgendwo hin, sondern alle waren schon angekommen, während sie noch fuhren. Auf dem Armaturenbrett stand ein kleiner Weihnachtsbaum aus Plastik, der bunte Botschaften des Lichts lustig in die Nacht blinkte. An die Seitenfenster hatten die Fahrgäste selbst gebastelte Strohsterne, Lametta, goldene Heiligenbildchen und alles andere geklebt, das sie mitgebracht hatten. In den Halteschlaufen für die Stehplätze hingen über den Fahrgastraum verteilt Wunderduftbäumchen in den Duftnoten Tannenbaum, Weihrauch und Mürre. Zusammen mit den von diversen Buffets gestohlenen Plätzchen und Kuchenstücken ergab das eine seltsam wunderliche Weihnachtsstimmung. Alle waren sie da, die üblichen Fahrgäste und feierten miteinander ausgelassen und sangen fröhlich das einzige Weihnachtslied, das sie aus den Supermärkten und dem Radio kannten. Oh, Tannenbaum! Erste Strophe! Und an jeder Haltestelle stiegen noch mehr ein. Nur einmal, als an einer Haltestelle Hermann Hodes, der unter den Fahrgästen gefürchtete Leiter des Jugendamts einsteigen wollte, der schon viele Familien durch Obskure in Obhutnahmen zerstört hatte, tat Ragan so, als habe er nichts gesehen und fuhr einfach weiter. An der nächsten Haltestelle stieg eine Gruppe Astrologen zu, die nach Fernsehaufnahme im abgelegenen Studio eines Privatsenders den regulären Bus verpasst hatten. Sie waren sofort angetan von der feierlichen Atmosphäre im Bus und den Geschichten, die ihnen die Fahrgäste darüber erzählten. Und so ließen sie es sich nicht nehmen, auch ihrerseits von Träumen und Hoffnungen für die Menschen zu erzählen, die, wie sie sagten, in den Sternen standen. Kurz bevor sie wieder ausstiegen, brachten sie den Fahrgästen noch das beliebte Weihnachtssied von Alfred H. Zoller bei, Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg und wünschten allen noch viel Licht auf ihrem Weg durch die Dunkelheit. Und dann geschah es. Einfach so, an einer einsamen Haltestelle, an der eigentlich noch nie jemand zugestiegen war, stand plötzlich eine Gruppe Männer im Bus, als sei sie hineingebeamt worden. Sie trugen zerlumpte Mäntel, ihr Gang war gebeugt, aber wenn sie sich unbeobachtet glaubten, dann strahlte jeder Zentimeter ihrer Körperhaltung Würde und etwas Heroisches aus. Unter den Mänteln konnten die kleineren Kinder bei mancher unbedachten Bewegung der Männer dazu auch noch glänzende Rüstungen hervorschimmern sehen. Ganz geheuer war ihr Auftreten in Fahrgästen auf jeden Fall nicht. Die Situation rettend öffnete der größte der merkwürdigen Männer schließlich den Mund und sagte, habt keine Angst. Auch wenn wir etwas gewöhnungsbedürftig aussehen, sind wir doch einfach nur unterwegs, um zu einem besonderen Gottesdienst einzuladen, der heute Nacht im alten ehemaligen Supermarkt stattfindet. Den Supermarkt den kannten die Älteren der Fahrgäste noch. Er lag im Schatten dreier riesiger Hochhaussilos mit jeweils 120 Mietparteien und hatte vor ein paar Jahren Pleite gemacht. Vor kurzem hatte dann eine freie christliche Gemeinde den Supermarkt gemietet und hielt nun dort ihre Gottesdienste ab. Damit es ein wenig mehr nach Kirche aussah, hatten dann die katholischen Pfadfinder des Orts kürzlich einen Holzglockenturm auf dem Dach des Supermarkts errichtet. Im Weihnachtsgottesdienst der Gemeinde sollte heute Nacht ein Ehepaar davon berichten, dass sie heute Vormittag ein Kind bekommen hatten. Das Ehepaar Traugott und Maria Josefsson kannten sie auch alle. Seit 13 Jahren versuchten die schon ein Kind zu bekommen, aber außer Fehlgeburten und einem Haufen Schulden wegen teurer aber nutzloser Befruchtungsmethoden war nichts geschehen. Aber sie hatten nie aufgegeben und waren dadurch für viele in der Gegend zum Beispiel für Durchhaltevermögen geworden. Dass Maria jetzt aber endlich schwanger geworden war, das hatte niemand aus der Gegend mitbekommen. Wenn sie genau darüber nachdachten, hatte sie sich in der letzten Zeit immer mehr zurückgezogen. Und jetzt sollte es geklappt haben? Das würde ja wohl einem Wunder gleich kommen. Das mussten sie sich unbedingt ansehen. Aber bevor Traugott und seine Fahrgäste die Männer nach den näheren Umständen fragen konnten, waren die schon wieder ausgestiegen. Und während die Männer in ihren mit Lumpen verhüllten Rüstungen in der Dunkelheit entschwandten, hätte manch einer der Fahrgäste schwören können, dass sie dabei gar nicht den Boden berührten. Und andere sahen, dass eine leichte glimmende Aureole sie umgab. Aber diese Wahrnehmung hätte natürlich auch dem Vorglühen geschuldet sein können. Als Dragan und seine Fahrgäste jedenfalls nach dem Gottesdienst wieder in den Bus stiegen und er jeden Einzelnen nach Hause fuhr, waren sie von ganz anderen Dingen berauscht. Es war als ob feiner Goldstaub funkelnd und glitzernd durch den Innenraum des Busses flirrte und tanzte. Auf allen Gesichtern lag ein stiller hoffnungstrunkener Glanz, der neben sich alle Käthe Wohlfahrthallen in Rothenburg zusammen hätte verblassen lassen. Und ohne dass in dieser atemberaubenden Stimmung ein Wort gesprochen worden wäre, stellte der Nachgeschmack dieses Gottesdienstes jedes einzelne Herz. Sollte das neue Jahr nur kommen, sie waren bereit. Denn ein Kind war ihnen allen geboren worden, ein Zeichen dafür, dass man die Hoffnung nie aufgeben sollte. Die Geschichte von Traugott und Maria Josefsson ließ ihn wieder glauben, dass der wunderbare Ratgeber, ein starker Gott, der verloren geglaubte Vater der Ewigkeit und fürstlicher Frieden für alle auf dem Weg waren. Und das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen von dieser Stelle aus, dass auch ihr die Hoffnung nie aufgebt, sondern immer weiter nach dem sucht, was eure Herzen in Brand steckt und nicht aufhört zu suchen, bevor ihr es nicht gefunden habt. Und in diesem Sinne freue ich mich auf morgen, wenn wir das nächste Türchen öffnen und schreibt doch ruhig eure Kommentare hier unten in die Spalten. Bis morgen also ihr Lieben von der Jugendkoordination Kronberg Alles Liebe wird.